wir haben uns jetzt noch mal mit der map zuckerladen zweiter anlauf ich will es euch einfach gerne mal zeigen er will es uns so richtig zeigen im kekse wieder haben dann starten wir mal durch ich denke mir da hält sie jetzt gut mit und dann kackt das spiel hat das sagt genau das spiel sagt auch wieder weg du darfst nicht gewinnen ich hoffe dass jetzt noch mal die gleichen bahn bekommen wahrscheinlich schon ja warum soll ist sondern die gleiche mit egal klassisch modus auf geht's auch man ganz knapp ich bin der waffe leck geblieben ich auch schon wieder jetzt jetzt ich habe etwas unter drei viertel machen von der kraft her dann kommt ja eigentlich normalerweise genau drüber das war nicht schlecht sie muss auf die waffel springen vor allem ein roter ball mit einem dino kopf und einer ente als schwimmreif ich hätte auch ein boot nehmen können oder eine tasse da hast du schon ein paar mal gespielt weil ich bin sie hat fast gedownload hat es doch von gesagt also ich habe doch gar nichts geholt für das spiel du musst doch mal ich habe das ich habe ein paar ich werde jetzt du musst ich werde dir du musst das hätte man gerade mal sehen müssen wie ich rübergekommen bin ja ich bin aus der map raus an so guten süßigkeiten ding abgeprallt und dann oben auf die plattform wieder gelandet so drin diesmal leider kein holy mona mit zwei ist auch okay ich hab drei das schon wieder der keks ja ich dachte mit dem ersten kommst du durch idee vergisst das ist das spiel dachten du sollst schon durchaus ja ich nicht ich komme jetzt versorgen die runde ich versorgen gerade die runde mit dem ding versuch lieber links wenn es nach unten kommt nicht wenn es nach oben ja ich hab's doch schon alles gut bin natürlich ja das ist der richtige punkt ist halt dieses jedes mal wieder rausgespringe schläge weißt du also mit solchen dingen versorgen ich mir jedes mal die runden ich glaube das war ein bisschen sehr schnell ja 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 wieder einmal sie zwischen ja jawohl aber gut der war gut der gute kommt jetzt sogar noch ein bisschen schneller jawohl erfahrung Schade, ich hätte es fast mit zwei geschafft, aber ich habe es mit drei jetzt gemacht Alle gleich Ja, wenn du einmal drüber bist, geht es auf jeden Fall So, und jetzt geht den Scheiß wieder von vorne los Oh, runtergefallen Ja, hinter dem komischen Süßigkeiten-Ding Oh, hallo Muffin Das ist nicht wahr, du fällst auf der anderen Seite auch wieder runter Alter Ich fahre aber jedes Mal ein bisschen Ich fahre jetzt mal ein bisschen Ja, du kannst es einfach nicht im richtigen Winkel von diesen bunten Dingern abprallen Wir machen dich immer wieder fast im 90-Grad-Winkel zurück Gut Oh Acht Schläge So, jetzt bin ich drüber Rauch Ah, es ist doch klar Jetzt will ich wieder letzt sein Loch Nummer 7 Dem war es schnell genug, dass ich hier rüber bin Oh nein, das war das nächste Loch Nein, 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 nicht weiter Nicht hier weiter Oh, zu weit Zu früh? Ah, okay Schon wieder zu weit Das darf doch nicht wahr So, geschafft, Dabbelbogen Mit 5 habe ich es geschafft Dann kann ich mich wieder ein bisschen einarbeiten Oh nein Das kickst du Das ist bitter Das ist mir auch gerade passiert Jetzt, 7 Schläge Dann haben wir 2 aufgeholt Wir sind nur 7 auseinander Also so viel ist es nicht Jetzt kommt aber die Map Leck mich doch Zu nah Das erste ist einfach da drüber Das erste ist einfach Ja, komm, ist mal so weit Jawohl Ich glaube, ich habe ein paar geschafft Sogar Ich glaube, es ist nur 3 gewesen sein Ja, der war nicht schlecht Oh, der war gut Ja Der war gut Ah, der bleibt außen liegen Ich habe 4 geschafft Ne, 3 habe ich geschafft Ich sage ja, ein paar Und jetzt kommt die tolle Map Und jetzt kommt die tolle Map Jawohl Jawohl Beim ersten direkt drüber Ja, du rollst genau wie ich das haben will Paar Mit 4 Double bogey Habt ihr alle gelesen Die PS Plus Spiele sind bestätigt Mit zweiter 5 und PUBG Ja, die waren aber vorher auch schon bestätigt worden Ich habe es nur jetzt gerade erst gelesen Loch Nummer 10 So, hier hat man immer den Disconnect Und ich habe den Disconnect gehabt Die Schokorinne Oh, das ist nicht schlecht Das könnte nochmal Das gibt einen Oh, ne, Mann Oh, oh Hä? Ich habe 2 Ich habe einfach nicht Schön, die Schokorinne in das richtige Loch Das klingt so falsch Das klingt so falsch Ja Ich habe es schon verstanden Nein Zu niedrig Ah, Mist, zu kurz Jetzt Oh, oh Wenn ihr die Katte mitnimmt Schade, das Das hätte fast ein Hole in one werden können Aber Super Ah, das war zu viel Das guten Ein zu viel gemacht Ich habe 4 oder 5 5 So, jetzt Bin ich mit dem Wackelpulling geflogen Du musst jetzt echt mit Vollkraft da drüber, ne? Ne, 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 ne Das kann ich auch drüber nachschießen Du musst vor allem diese Bewegung Habs, bin drüber Mit ein Kalkulierung Bin nur im ersten Bin nur im ersten Bin nur im ersten direkt drüber Und 3 Zu weit Scheiße Jetzt geht es bei mir nach unten mit Zahl Ach, Mann Jawohl, der ist gut Und jetzt musst du dir nur leuchtend das Loch da reinsetzen Dann kriegst du da rein Ja Oh, schade Mann Schade, Markus Du musst eigentlich fast Also, du schenkst hinten in einem ganz komischen Winkel Jawohl, der ist gut Und jetzt nur in die Abzweckung Sieben Schläge Naja Sehr gut Boah, wie knapp das ist, ne? Markus, 51 52 59 Für Baby Das war zufällig Ich Was sogar Mit ein bisschen mehr Kraft, dann wäre der drüber gewesen Oben Mit zwei Schlägen Body Danke Lügt mich doch Da wäre ich auch drüber gewesen Ja, wäre der ein bisschen schneller gewesen Da eine eben Ihr müsst nur da hochkommen Da oben ist wieder so eine Ich weiß Der Hauptkopf ist schon schwierig Ja, das ist das Problem Du tastest dich ran Und verlierst da durch die Schläge halt Jawohl Sieben Schläge Ach, Mann Jawohl Zwei Schläge hast du geschafft Wie hast du das gemacht? Ja Hast du das Spiel gestochen oder was? Hast du das bezahlt? Nö, ich bin oben auf der Mitte gelandet Vor dieser Dings Und dann bin ich mit der Bande hoch Ach, das war zu wenig Jawohl Ich auch Oh Gott, ihr willst denn da rüber Das ist nicht wahr Ich bleib genau an dieser Kante von der Rutsche hängen Jetzt Oh nein Double Bogey Double Bogey Ich glaube, du hast das noch kurze genommen Double Bogey Ach, man hätte gar nicht da hochgehen müssen Man hätte einfach mit Kraft nur weiter runtergehen müssen Okay Da wäre eine kleine Abkürzung gewesen Naja Scheiß drauf Oh ja, jetzt sehe ich es auch Du hättest einfach nur so schräg drüber Ja, 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 das sehe ich gerade Ach, ich dachte mir Ah, fuck Okay Oh nein Das ist bitter, wenn du da rechts und links vorbeigehst Komm Na, vor allem ist das rutschig, dieses bunte Zeug Da rutscht der Ball noch mehr drüber Ja, ist ja auch Bonbon Fünf Oh Bonbon Sechs Sechs Schläge im Unterschied Ja, ja, ja Ah, jawohl Hallo Markus Hallo Leute Zwei Ich bin einfach mit Vollkraft Ja gut, du hast Ich bin erst von der anderen Seite gekommen Ja, du hast die linke Bahn genommen, ne? Ne, ich bin dir hinterher Drück die X, um ins Wasser zu springen, wie ist WTF? Nein, um im Wasser zu springen Du kannst über das Wasser dich rüber befördern Ja, schon klar Komm Kann ich jetzt nicht schon wieder vorne? Okay Und jetzt? Jetzt muss ich mich davor setzen, vor diese Scholle, schau'nst du, ne? Ja, okay Das dachte ich mir schon irgendwie Ah, das ist schade Oh nein Jawohl, da drüber Das ist wichtig Gut, der ist nicht schlecht Der lieb perfekt der Ball Jetzt Ja Ja, Daby Burgi Ja, nicht schlecht Das ist gut gemacht Sechs Schläge Ich hab völlig Fünf Schläge Unterschied nur Nein Der kommt wieder voll runter von dieser Scheiß-Dinger da, ne? Wieso bleibt ihr denn da nicht trau'n? Warum geht der denn da wieder runter? Mist, zu kurz Ah, der bleibt da unten Jetzt Ah, Double Boogie Jawohl Sechs Schläge Ah, das gewinnst du Wenn du das letzte Loch nicht blöd verkackst Gut, bei sechs Schlägen Unterschied Kann doch knapp werden Ja, das wird aber wahrscheinlich nicht So, nächste Match Aha, okay So eine Ebene, Match Map Aha Oh, oh Ich bin die Hand allerdings gegangen Oh, what the fuck Alter, es wird hier mal besser hier, Leute Das müsst ihr euch mal angucken, wie am Ende Oh, oh Oh, oh Komm ich durch, komm ich durch Oh, oh Oh nein, ich bleib genau in der Bahnliege, nein Oh Oh Nein Alter, den letzten Part müsst ihr euch mal einziehen Ja, ich bin schon dabei Also ich bin jetzt durch Durch die Ja, ich bin ohne Probleme durch die Kugel durchgekommen Und drin Bogey Paar 5 Was, hast du Paar geschafft? Ja Ja, dann hast du gewonnen Ich hab 5 gebraucht Ja, das wird da genau davor liegen zu bleiben Ja, das ist mir nämlich erstmal Aber so kann man auch finishen Hör mal hin Der war gut Der war jetzt gut Ja, schade Von der Kugel ins Loch befördert Das war nicht schlecht jetzt Ja, du hast keine Bahn verkackt Ich hab halt Ein bisschen was kaputt gemacht Mir selber Naja, aber gut Das war Zuckerland Gucken wir, was wir jetzt als nächstes noch von der Map spielen Ihr seht die Maps nicht, ne? Oder seht ihr die Maps? Ich weiß ja nicht, worauf jeder, wenn ihr mal Bock habt Seht ihr die Map-Liste? Ne Wir sehen nur das, was du auswählst Okay Gut Das schauen wir dann in der nächsten Folge